Ich freue mich schon so lange darauf, endlich wieder am Strand zu liegen und die Sonne zu genießen. Und das wird mir meine Periode dieses Jahr nicht schon wieder zerstören. Ich zeige dir jetzt nämlich, was ich mir alles von der neuen Beachwear Collection von Guttia gönnen werde. Nummer 1 ist der Leakproof Bikini. Ich finde dieses Haar einfach so krass schön. Und die Panty hält hier sogar bis zu drei Tampons. Nummer 2 ist der Highways Bikini. Hier hält die Panty bis zu zwei Tampons. Und für einen aufgeblähteren Bauch bei der Periode ist die Panty, glaube ich, richtig bequem. Und Nummer 3 ist der neue Wetwork von Guttia, der jetzt zwei Fächer hat. Immer für eine benutzte und für eine frische Panty. Ich freue mich schon mega auf diese Sache.